Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werde ich euch auf jeden Fall eine kleine Info geben, denn Leute, es ist vieles, vieles Neues passiert. Und zwar, es geht heute mal wieder um das Thema Livestreaming, Leute. Und auf jeden Fall, es ist sehr, sehr viel in den letzten zwei Tagen passiert. Und zwar, Leute, habe ich mit YouTube geschrieben, mit den echten YouTube-Mitarbeitern auf Twitter. Sie haben mir auf jeden Fall auch geantwortet. Und auf jeden Fall, Leute, ich wollte euch eine kleine Info geben. Ich glaube, die wird euch alle sehr, sehr freuen, Leute. Und zwar habe ich, wie gesagt, mit YouTube geschrieben. Und auf jeden Fall, YouTube hat mir auf jeden Fall geschrieben heute, dass ich wieder Livestreamen kann. Sie wissen auch noch nicht wann, aber ich kann zwar Livestreamen, aber ich muss halt mit meiner Schwester so im Bild zu sehen sein. Also die meisten wissen das schon wenig mit Facecam-Streamen. Also das mache ich wirklich schon selten. Und ja, auf jeden Fall, deswegen, wir müssen mal schauen, wie das Ganze geht. Aber auf jeden Fall trotzdem, Leute, ich wollte euch auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt wieder Livestreamen kann. Ich kann euch hier mal gerne den Chat von mir und YouTube einblenden. Und erst mal vielen, vielen Dank an den YouTube-Mitarbeitern oder an den YouTube-Mitarbeiter, der sich um diese Sache mit mir gekümmert hat. Auf jeden Fall, das war sehr, sehr korrekt. Der war auch ein sehr, sehr, wie sagt man es, korrekter Mitarbeiter. Und da hat mir auch schon echt weitergeholfen. Auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall geschrieben, dass ich, wie heißt das, dass ich jetzt wieder streamen kann. Hat er auf jeden Fall mir geschrieben, wie ihr es jetzt hier sehen könnt. Und ja, auf jeden Fall, Leute, das ist... Leute, mir ist aufgefallen, dass die das noch erstmal überprüfen müssen. Aber auf jeden Fall, wir müssen mal hoffen, dass wir wieder streamen können. Jetzt geht es weiter. Sehr, sehr schön, auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder streamen kann. Und auf jeden Fall, ja, Leute, auf jeden Fall, ihr könnt euch freuen. Ich werde jetzt wieder Livestreamen in ein paar Tagen auf diesem Kanal. Und ja, auf jeden Fall, Leute, dann würde ich sagen, das war es mit dem kleinen Infovideo. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like. Da schaut gerne mein letztes Video an. Und, Leute, kommentiert gerne eure Beichten unter dieses oder unter mein letztes Video. Ein von beiden auf jeden Fall. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Und auf jeden Fall, sonst würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder beim nächsten Video. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Ciao, Kakao.